Lektion 20 im Zug Schaffner, können Sie mir sagen, wo mein Schlafabteil ist? Hier entlang bitte, hier ist es. Wollen Sie mir sagen, um welche Zeit ich Abendbrot essen kann und wo der Speisesaal ist? Abendbrot wird von 8 bis 9 Uhr serviert. Der Speisewagen ist der dritte nach hinten. Danke sehr. Um welche Zeit soll ich Ihnen das Bett machen? Gegen halb elf. Sehr gut, mein Herr. Herr Ober, geben Sie mir bitte eine Flasche Bier und die Speisekarte. Welche Marke wünschen Sie? Bringen Sie mir Pilzner Bier, es muss auch gut gekühlt sein. Sehr gut, hier ist die Speisekarte.